So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy XIV. Wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben, haben beim letzten Mal einen neuen Tanz erlernt. Und ja, nun geht es endlich mit der Hauptstory weiter. Anders als geplant, wie gesagt, ich werde die anderen zwei Klassen, beziehungsweise die anderen Klassen, bei Zeiten dann einfach hochleveln. Ich denke mal nicht, dass ich in die erste Indie-Directless-Tank gehe. Das werde ich dann mit euch machen, wenn wir mal Stufensteigerung oder so oder oder machen. Ja, da werde ich das dann wahrscheinlich machen. In die erste Indie weiß ich noch nicht, was ich da genau reingehe. Eventuell vielleicht auch als Heiler mal gucken. Aber ich habe mir jetzt einfach gedacht, ihr müsstet jetzt so lange unter dem ganzen Level-Kram leiden. Komm, ich tue euch einfach was Gutes. Wir sprechen jetzt mit Baderon, machen die Hauptquests weiter. Wir rocken das Ding jetzt erstmal. Und weiß ich nicht, vielleicht bis Level 20, bis wir die Level-20er-Quests erreicht haben heute. Je nachdem, ob wir es schaffen. Ich weiß noch nicht, wann mein Männchen nach Hause kommt. Und ja, deswegen mal gucken. Aber zumindest so, dass wir ein bisschen Zeit jetzt haben. So einen kleinen Puffer. Und ja. Deswegen ist das, glaube ich, eigentlich eine ganz gute Kombi. Hallo Baderon. Willkommen in der ertränkten Sorge. Lass dich nieder, wo immer du magst, Mädel. Ich bin sofort bei dir. Ja, sieh mal an, wenn das nicht die gute Ash-Kuran ist. Ich hörte, dass ich eine angesehene Abenteuerin zum Dienst melden würde. Werde gedacht, dass du das bist, hm? Säger warnt. Der Job ist nichts für schwache Nerven. Es ist so gut, wie sicher, dass die Sache haarig wird. Wenn du noch immer Interesse hast, sag mir einfach Bescheid. Und ich weile dich in die Einzelheiten ein. Okay. Ich hätte zwar gerne Hose, aber die steht leider nicht zur Auswahl. So. Optionale Ausrüstung ist dran. Ähm. Ich wollte das einfach nur, damit wir jetzt auch da auf 16 sind. Ich werde jetzt zum Droiden einfach rüber wechseln. Alter, das ist tatsächlich eigentlich recht wichtig. Jetzt sind wir nämlich bei einem 15er Quest. Ich weiß, wir vorher schon bei einem 15er waren, aber jetzt sind wir definitiv bei einem 15er Quest. Das heißt, äh, heavy heavy stuff. Du, und nur Dinge. Danke, dass du mir helfen willst. Vielleicht hast du schon mal von der Sastascha-Höhle gehört, die nördlich von Bierhafen liegt. Angeblich schleichen sich dort nachts vielichtige Gestalten herum. Die Gelbjagden sind bereits animiert, aber ihr Befehlshaber-Kommandant Dereyna hat die Abenteuer-Gede um Unterstützung gebeten. Ich weiß, dass die Informationen sehr vage sind, aber kannst du trotzdem bei der Höhle nachsehen? Seit dem blutigen Kampf an der Türbelturm-Siedlung, den du glücklicherweise zum Guten gewendet hast, sind die Leute ziemlich nervös. Ich möchte mal ein paar Informationen ergänzen. Oh, ah, ah, okay, das ist der. Huch, ich habe aus Versehen für ihn weitergeredet. Ah, welcher seltener Gastkommandant Dereyna. Womit haben wir die Ehre eures Besuchs verdient? Mir ist so umgekommen, dass Ashcora nach Lim Salomenta zurückgekehrt ist. Genau im richtigen Moment, wie ich meine. Kurz, sie wurde vor der Küste des Bierhafens in der Nähe der Phantominseln ein unbekanntes Schiff gesichtet. Die Sichtung des Schiffs lässt mich daran zweifeln, weshalb ich eine erneute Erkundung der Höhle in Betracht ziehe. Nur leider kann ich zur Zeit keine Einheiten entbehren. Nicht jeder, äh, nicht jetzt, da die Sache ergehen, beinahe täglich unsere Wachsamkeit auf die Probe stellen. Deshalb habe ich die Abenteurer-Gelder um Unterstützung gebeten. Bist du bereit, uns zu helfen? Oh ja, das sind wir. Abgemacht, vielen Dank. Die Lastascha-Höhle liegt im westlichen Landeskirr. Wim Melpa wird dir erklären, wie du am schnellsten dort hinkommst. Du führst den Fähreanleger auf den unteren Decks. Ach ja, und eins noch. Diese Aufgabe ist sehr gefährlich. Du wirst daher die Unterstützung anderer Abenteurer benötigen. In dieser Sache sprichst du am besten mit der Torwoche vor der Höhle. Du hast Kommandantrainer gehört. Viel Glück, Ash. Ja, unsere erste Indie steht bevor. Geil! Wir haben die erste Indie. Gott, wir schafften heute die erste Indie. Wie geil ist das denn? Ähm, hier ist eine blaue... Oh, hier sind zwei blaue Quests. Labern wir mit den Beinen schon oder machen wir das erst, wenn wir zurückkommen? Ne, wir labern mit den Beinen jetzt schon. Okay, das eine ist schon mal gut. Wir machen sie noch nicht. Ich nehme sie erst mal nur an. Ich bin gerade eben von einem maggeschüttenden Schrei aufgeschreckt worden. Kannst du nicht mal nachsehen, was passiert ist? Vielleicht ist dieses, äh, ist diese Messerschläge wieder aufgetaucht. Letzte Zeit habe ich mehrere Gäste blauscht, die von einem unzurechnungsfähigen Mann erzählen, der mit großen Klingen durch die Gassen läuft und die Leute erschreckt. Vornehmliche Frauen. Vornehmlich Frauen, wie es heißt. Ich sage noch nicht, worum es bei dieser Quest geht. Äh, wird wichtig. Und auch das hier wird wichtig. Ist auch etwas, was wir, äh, brauchen für später. Beziehungsweise auch eigentlich schon für jetzt. Unter anderem auch, um MGP zu kriegen. Ah, was machst du denn jetzt? Äh, was mache ich denn jetzt? Das, äh, das, der Gast scheint nicht mehr da zu sein. Da hat jemand sein Notizbuch oder so etwas auf dem Tisch liegen lassen. Er hat wohl einen, äh, einen über den Durst getrunken und ist unachtsam geworden. Das Notizbuch sieht ziemlich wichtig aus. Total vorgeschrieben und abgegriffen. Als würde es täglich benutzt werden. Wärst du so nett und bringst du es zu einem Eigentümer zurück? Okay. Hier, der Gast war ein Rückgardin. Bevor er ging, hat er gesagt, dass er etwas mit dem Quinten zu besprechen hat. Vielleicht erwischt du ihn hier. Viel Glück. Äh, gut, da hinten ist er noch. Hm, ja, bis gerade eben noch war ein Rückgardin hier. Äh, ihr wollt wissen, wohin er gegangen ist und warum, wenn ich fragen darf. Ach, er hat sein Notizbuch vergessen, verstehe. Er hat mich gefragt, was er am schnellsten nach Bierhafen kommt. Da habe ich ihn zum Fernleger geschickt. Ja, genau. Der vor der Fischergilde. Äh, was gleit halt... Heißt ja gut. Ein großer Keil. Ihr werdet ihn nicht übersehen. Okay. Ähm. Wir müssen einmal zur Fischergilde. Gott sei Dank müssen wir da so oder so hin. Oh, da gibt es jetzt immer was Neues für. Fischergilde. Hier ist er. Hm, was willst du von mir? Siehst du nicht, dass ich gerade nichts zu tun habe? Hier, deine Agenda. Ach, das ist ja meine Agenda. Wo hast du die... Ach, in der ertrinkten Sorge. Ich sollte besser auf meine Sachen aufpassen, wenn ich mir eingenehmige. Tut mir leid, dass ich so grob zu dir war. Du bist der Amteurer, weißt du ja, wie wichtig so eine Agenda ist. Weiß ich, was das ist? Na, du willst ja auch nur etwas grün hinter den Ohren. Hier, ich habe noch ein Exemplar. Neu und unbenutzt. Das kannst du haben. Danke. Diese Agenda sind Aufgaben verzeichnet, die auch für erfahrene Amteure eine Herausforderung dastehen. Nur die fleißigsten von uns schaffen, ist sie abzuarbeiten. Wer es dennoch schafft, wird von der Abenteuergilde mit einer Vergütung bedacht, die sich sehen lassen kann. Da kann man in der ertrinkten Sorge auch schon mal aus den feineren Kugeln trinken, wenn du weißt, was ich meine. Oh ja. Und wir haben eins der ersten Extras. Aktuelle Agenda erhalten. Du hast die aktuelle Agenda freigespielt. Du kannst sie im Hauptmenü unter Notizbüchern einsehen. Die aktuelle Agenda liest dringende Aufgaben auf, äh, listet dringende Aufgaben auf, die in dieser Woche in der EOC erledigt werden sollen. Jede Woche wird der Tal mal zurückgesetzt und du kannst diese Herausforderung erneut übernehmen. Natürlich für eine angemessene Vergütung. Du kannst auch einen Bonus entsprechend der Gesamtzahl der erfüllten Agenda-Herausforderungen erhalten. Natürlich wird die Liste umso reichheitsgleich, je weiter du im Hauptszenario voranschaut, dass du neue Inhalte freigeschaltest. Das heißt, wir haben die Weekly-Quest freigeschaltet. Das heißt, wir haben jetzt die Kategorie Kämpfe. Das heißt, Gilden Gehalts erledigen, fünfmal als wertvollster Spieler ehren. Dann haben wir Fades. Fünfmal Fades, zehnmal Fades. Freibriefe. Handwerkersammler. Und die Agenda-Erfolge. Das heißt, wenn wir jetzt auch leveln wollen, können wir das auch mit der Agenda machen. Also wir haben vielleicht für später dann doch nochmal Zeit und Platz und Lust dafür. Ah, du bist im Auftrag von Kommandant Rainer unterwegs. Dann weiß ich, worum es geht. Am besten fährst du mit einem Schiff hier vom Fähreinleger zum Bierhafen. Wenn du im westlichen Lernos Gähe angekommen bist, solltest du auf dem Weg zur Sascha-Uli unbedingt bei der Anfänger-Arena vorbeisehen. Dort hat die Abenteurer-Gerde einen Kampfplatz eingerichtet, auf dem du verschiedene Kampftechniken lernen und üben kannst. Diese Techniken könnt ihr in der Sascha-Hüte das Leben retten. Also versäume es nicht, die Arela zu besuchen. Einmal dort angekommen, solltest du eine wehrhafte Abenteuerin finden, die dir alles weiter erklärt. Höre ihr gut zu, denn sie weiß, wovon sie spricht. Sie haben schon so manche Piraten das Holzbein gestutzt. Also dann, gute Reise. Okay, dann einmal zum Bierhafen. Ist ja natürlich günstiger, als wenn wir einen Teleport nehmen würden. Was natürlich auch ginge. So, Bierhafen. Geil! Ich hoffe, wir freuen uns ja alle genauso. Sieht mega cool aus. Aber hier waren wir ja schon ganz oft. Die Anfänger-Arena machen wir jetzt nicht. Also wir müssen jetzt zwar sowieso labern, aber wir machen jetzt nicht die Anfänger-Arena. Wenn ihr sie dennoch im Nachhinein sehen wollt, dann kann ich sie auch nur in 20 Parts machen. Ich glaube, dass ihr hier mit dem Part hier seht, ist es sowieso einen Monat später. Du bist Eschkoron und im Auftrag von Kommandant Reina unterwegs, nicht wahr? Melpa hat mich kontaktiert und deine Ankunft angekündigt. Ich kenne die Sastascha-Höhle in- und auswendig und ich kann dir sagen, dass die Rundstück und Steine nicht die einzige Gefahr sind. Allein wirst du dann nicht weit kommen. Wenn du dich mit anderen Anfeuern zusammentust, hast du aber eine Chance. Der Kampf in der Gruppe erfordert andere Techniken als der Kampf alleine. Diese Techniken kannst du hier lernen, in der Anfänger-Arena. Der Lehrmeister dort drüben wird dich reinlassen und dir angemessene Übungen vorschlagen. Keine Sorge, die Übungen sind nicht gefährlich. Es passiert nur selten, dass ein Neuling in der Arena zu Tode kommt. Du kannst jederzeit deinen Weg zur Sastascha-Höhle fortsetzen. Eine gelbe Jacke steht dort am Eingang Wache. Ich empfehle dir aber dringend erst, mit dem Lehrmeister zu sprechen und die Arena zu betreten. Wir wollen doch nicht, dass du in der Sastascha-Höhle vorzeitig deine Abenteuerkarriere beendest. Ich bin in dieser Sastascha-Höhle so oft gelaufen, ich weiß, wie man sie holt. Ich weiß es. Also. Ne? Machen wir. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Ich kann hier in der Sastascha-Höhle natürlich da nicht vorlesen. Also am Ende ja. Und in erster Linie achte ich dann natürlich darauf, dass die Gruppe vorankommt. Oh, hallo. Willst du die Höhle erkunden? Ja? Na, großartig. Dann kann ich hoffentlich bald abziehen. Ich bin es leid, mir hier die Beine in den Bauch zu stehen. Du weißt vermutlich bereits, dass in der Nähe der Phantominsel ein unbekanntes Schiff gesichtet wurde. Seitdem halten wir Gelbjacken in der Gegend auch schon nach Piraten verstecken. Es könnte gut sein, dass sie sich hier irgendwie eingenistet haben. Das passt natürlich zu den Berichten, dass sich in der Sastascha-Höhle zwielichtige Gestalten herumtreiben sollen. Ich selbst habe sie zwar noch nicht gesehen, aber es könnte sich bei ihnen um die Halunken der plündenden Schlangen handeln, die bekanntlich gemeinsame Sachen mit den Saragien machen. Wenn sie von hier aus ihre Raubzüge starten, werden Blut und Tränen fließen. Ihr letzter Überfall steckt den Leuten noch tief in den Knochen. Also, Antoine, deine Aufgabe steht darin, jeden Winkel der Höhle nach Spuren dieser fischigen Halsabschneider abzusuchen. Ich bete für dich, dass sich unser Verdacht als unbegründet herausstellt. Benutze die Inhaltssuche, um Sastascha zu betreten. Sastascha nun zugänglich. Ein normaler Inhalt wurde der Inhaltssuche hinzugefügt. Dungeons erforschen. Dungeons sind Gruppeninhalte, die in abgeschlossenen Gebieten stattfinden. Diese sind für eine einzelne Gruppe von Spielern reserviert. Das heißt, du wirst dort nicht auf andere Spieler treffen. Gruppen sind auf sich allein gestellt, um die zahlreichenden Vorausforderungen eines Dungeons zu meistern. Gehob, es sich um tödliche Feinden, Traktor, Labyrinth oder mächtige Bossmonster handelt. Um die Herausforderungen noch zu erhöhen, gibt es oft eine Zeit- oder Stufenbegrenzung oder eine Beschränkung auf bestimmte Klassen bzw. Jobs. Die Dungeons können betreten werden, indem man eine Gruppe bildet, wenn den NPC am Eingang anspricht oder indem man die Inhaltssuche verwendet. Dabei wird automatisch mit anderen Spielern in einer Gruppe platziert, die dieselbe Mission versuchen möchten. Ja, so, wir gehen als Droide rein. Als Droide kommen wir relativ schnell in die Inni. Heißt für uns halt einfach, wir sind Heiler, wir müssen heilen. Ne? Ist klaro. Ist klaro. Also, ne? Ja, das Tasche. Geil. Ich hasse diese Tasche. Es gibt einen Grund, warum ich als Heiler reingehe. Äh, dieser ist wie folgt. Ich hasse es als Idee, in das Tasche reinzugehen, weil ab einem gewissen Punkt die Butze einfach nervig sind. Sie sind einfach nervig. Sie sind ziemlich schwierig, sie sind einfach nur nervig. Das heißt, wir gehen auf Teilnehmen, finden direkt einer. Wir kommen direkt in die Queue. Sehr schön. Ah, der kommt direkt in die Inni. Das ist so toll. Jetzt müssen nur noch die zwei DDS zu schlagen. Das ist so toll. Ah, ja, das ist Sastascha. Ah, Sastascha, ja. Gott, Erinnerung. Ich weiß nicht, ob ich das erste Mal da drin war. Lern aufs Gehe. Sastascha. Ich weiß nicht, ich mag die Innie eigentlich nicht. Die ist wunderschön aufgebaut. Also, wunderschön vom Design her. Ach, ich kann die Innie eigentlich überhaupt nicht ab. So, Dungeonstürmen kann ich jetzt leider nicht vorlesen. Es tut mir leid. Ich muss mich jetzt leider hier drauf konzentrieren. Deswegen kann ich da jetzt leider nichts dran ändern. Ich versuche jetzt natürlich, hier nicht eher zu hoch zu halten. Wir scheinen aber nur mit Anfängern drin zu sein. Warte mal. Ähm, jup. Reiner Anfänger war hier aber schon mal drin. Ähm, okay. Erfahrender Kämpfer. Fast alles auf 80. Und da ist auch noch was. Huch. Äh, doll. So, eigentlich muss man dann hier noch was lesen. Die gute Person hat jetzt natürlich nicht... Bescheid gesagt, was man drücken muss später. Ähm. Ja gut. Dann verlasse ich mich halt in dem Punkt mal auf die anderen. Ich bin gewöhnlich, muss man da in dieser Notiz lesen und gucken, ob es blau, rot oder grün ist. Das weiß ich halt noch. Also, hat er den Tank schon angeguckt? Achso, ja. Der Tank ist auch kein Anfänger mehr. Oh, da ist der D-Sperry-Banner hier. Hab ich es gebaut. Naja. Erlaubt doch. In Indie steigt man übrigens relativ schnell. Also, hier in der Stascha kann man zwei bis drei Level schaffen. Ähm. Wichtig hierbei in der Indie ist halt... Oder allgemeine Zahl ist halt... Dass du nicht komplett durchheilst. Die ganze Zeit. Also, dass du überheilst. So, dass du keine MP mehr hast. Das war anfangs mein Fehler. Und hier in der Stascha kannst du halt einfach mit eingreifen. Es gibt kaum was, was du heilen musst. Das ist immer so kleine Freundschaftsheiler. Wenn ich da mal zwischengrätsche. Also, ja. Hier brauche ich jetzt zum Beispiel gar nicht angreifen. Weil bis ich in Zauber gewürgt habe, ist Mitternacht. Ich habe einfach immer nur Target auf... ...den... ...Tank. ...und Teile vielleicht ab und zu mal so ein bisschen. Gut, bei dem hier kann ich. Aber bei diesem kleinen Flammenhals... ...gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, er ist... ...Dark Knight. ...nett. So. Also, besser läuft es gut. Ich habe noch niemanden verrecken lassen. Wobei, das hat Sascha jemanden verrecken lassen. Wenn man es nicht kennt... Ja. Also, ich habe immer so die Hoffnung, dass ich eigentlich immer ganz gut durchkomme. Der Tank kann sich auch bis zu einem gewissen Punkt selbst teilen. Okay. Jetzt muss ich tatsächlich eher... ...Target auf... ...Auf Tank halten. Er ist natürlich abgedampft. Das könnte etwas hart werden. Ich habe dir gerade noch gelobt. Da muss ich leider jetzt Dauer halten. Da kann ich schon nichts mehr anderes machen. Es ist aber ein etwas hartes Pool. Ich habe es aber trotzdem noch hingekriegt. Ich darf halt nur in der Zeit nicht angreifen. Und dann wirklich durchheilen. Einfach eins drücken. Puh. Das wäre das Sascha mal so glücklich in die Pumpe geht, ne? Ei, ei, ei. Ich mag jetzt einfach gar nichts. Ich mag jetzt einfach gar nichts. Okay. So. Ich hasse es, wenn man solche Viecher hier mit reinzieht. So. In aller Regel müssten sie eigentlich da rausgehen. Okay. Ich habe ja alles unter Kontrolle. So weit zumindest. So weit zumindest. Also jetzt so in den Anfängerdumpen, halte ich mich sogar noch für ein recht guter Heiterin. Später wird es dann glaube ich etwas tricky. Okay. Da weiß ich noch nicht genau, wie ich da vorgehe. Beuteregeln. Kann ich, wie gesagt, auch leider gerade nicht vorlesen. Ähm. Ich lasse es einfach für euch mal offen. Weil in den Innis durchlesen ist halt echt scheiße. Also. Müsst ihr leider auf Pause machen. Ich muss mich jetzt auch erstmal hier um die Beute kümmern. Ähm. Oh. Ich beides nicht. Ich gucke immer nur nach Sachen, wenn ich mit der jeweiligen Klasse halt dran bin. Wir müssen eh eine irgendwie mehrmals laufen. Und später zum Leveln sowieso. Also das Tatsache kann recht schnell vorbeigehen. Ich glaube das Schnellste, was ich mal geschafft habe, war 15 oder 20 Minuten. Weiß ich gerade gar nicht genau. Da war die Gruppe aber auch echt mega. Wobei ich in dieser Innis schon als Tank dran war. Werl S Und jetzt. Ne? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Naja, okay. Ich meine ja nur. Ich denke, du hast da was verloren. Ich denke, du hast Jakob verloren. Ich denke, du hast Jakob verloren. Ich denke, du hast sie... Danke. Okay. Das sind halt Leute, die gern schnell durch das Taschland durchkommen wollen. Huch, nein, nicht resettbar. Okay. Die Rüstung finde ich jetzt nicht ganz so... Also farblich, ja. Das ist ganz nett. Aber... Naja. Aber wir haben es bald. Tatsächlich. Wir sind bald durch das Taschland durch. Wir haben bald unsere ersten Indie hinter uns. Gott, ich weiß doch, wie nervös ich damals war. Für mich war... Oder ist eigentlich die Zeit so null vorbeigegangen. Ich dachte einfach nur so, scheiße, scheiße, scheiße. Was mache ich? Mache ich das hier richtig? Und aus meiner Angst bin ich dann natürlich... Ich glaube, zweimal gestorben. Und ja. War damals nicht ganz so schön. Weil ich halt echt panisch Angst hatte. Und im Stream war es dann halt wirklich noch schlimmer. Im Stream dachte ich mir halt nur so... Okay? No way. Nie wieder. Wir müssten gleich noch Fundies kommen. Ja. Hank? Könntest du mal... Könntest du mal bitte die Agro nehmen? Sag mal. Meine Fresse. Ei, 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 ei. Weißt du? Ich krieg hier die Agro. Ich krieg keine Agro übrigens. Du bist auch so irgendwo. Was, 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 was macht ihr denn da? Guck mal. Oh, ich krieg noch eine... Toll. Jetzt hab ich hier so ein bittiges Hützschild. Ich ahne, wie er tankt. Ich hasse halt Tanks, die ich nicht kenne, ne? Ja, so solltest du mir zufällig, äh... Solltest du zufällig auch Agro nehmen. Mann. Weißt du? Tankt, aber... Er hält die Agro nicht. Puh. In mein Heil. Ist doch klar, dass sie dann erstmal auf mich gehen. Bin leider... Ich bin noch nicht so gut. Ich hab noch nicht so viel Zauber. Ich hab halt zwei Heilzauber. Gut, und ich kann wiederbeleben. Bringt aber den Leuten nichts, wenn sie... Wenn ich tot am Boden liege. Huch. Bringt dann halt leider einfach nichts. So, und das meine ich jetzt halt zum Beispiel. Okay, wir sind jetzt gleich... Eventuell, wenn wir jetzt hier raus sind, sind wir auf Stufe... ...18. Was bedeutet, dass wir drei Level... ...über unsere Quests sind. Und... Und... ...durch die Quests kriegen wir dann halt auch noch mega viel EP. Das heißt, wir werden dann natürlich gleich zu einer anderen Klasse wechseln. Ich werd mir... Ich werd mir das jetzt tatsächlich einfach angucken. Ich kann's jetzt, wie gesagt, nur nicht vorlesen. Die Zeit hab ich leider dafür nicht. Weil sonst wartet die Gruppe halt noch länger. So, ich stell mich hier mal zwischen. Ich kann mich, wie gesagt, jetzt nur... ...mit die Dinger kümmern. Ich kann mich, wie gesagt, jetzt sonst... ...undere Monster raus. Danke. Wollte ich grad sagen. Ich wär sonst, äh... ...Rip gewesen. Okay. So. Beutegut. Oh ja, Bedarf. Und Bedarf. Ich hab beides bekommen. Sehr schön. So. Und wir können die Instanz verlassen. Puh. Sehr geil. Damals sind wir für Stufe 18. Und wir haben... ...eins, zwei... ...zweimal... ...zweimal wertvollster Spieler bekommen. Das ist... ...das ist nett. Das ist cool. Damit sind wir Stufe 6. Äh, Stufe 6. Da haben wir 6 Ehrungen. Das ist gut. Das ist echt gut. Jetzt könnten wir wieder mit Baderon sprechen. Oh, wir haben sogar... ...sogar Level 19. Wir haben... ...alter, wir haben 4... ...Level gemacht. Ne, doch 3... ...ne, wir waren mit 16 drin. Okay, wir haben 3 Level gemacht. Entschuldigung. Wir waren ja mit 16 drin. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Gut. Ich werde hier aber den Part erstmal beenden. Und wir sehen uns hier... ...bem nächsten Mal wieder. Ciao. Ciao. Release your hand... ...or your will drag us out of earth. My makes your time... ...tell us where must we conquer... How can we carry on in Redemption to our God? My life is unreal to the rational and sound to this way, to the sound to interest until tomorrow In one fleeting moment from the land of light flow Yes, in one fleeting moment for a beautiful glow In the same fleeting moment Namaste, night, and go Namaste, night, and go